Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar am 21. März. Ich grüße euch ganz herzlich, Chris Kemmerer wieder on Air und wir wollen heute auf das Kabel schauen. Auch bekannt als das britische Fund gegenüber dem US-Dollar. Und hier stellt sich die Frage, ob wir weitere Zugewinne sehen könnten. Beim Kabel gibt es zudem auch eine interessante Open-Range-Strategie, die ich hier mal kurz an dieser Stelle, weil ich eben das Fund auch im Fokus habe, heute hier mal darstellen möchte. Und zwar gibt es da auch eine Erläuterung hier von Bernd, der das hier schon seit einiger Zeit praktiziert, zu diesem Setup im gestrigen Stream-Post zum Devisenradar. Praktisch eine einfache Open-Range-Strategie, die praktisch hier ein gewisses Setup vorsieht, eine Range definiert, einen Ausbruch sozusagen dann entsprechend handelt im Sinne dieser Range-Projektion und dann aber auch hier eine kleine Besonderheit hat im Sinne dessen, wenn es eben dann hier einen Wechsel dieses eigentlichen Ausbruchsimpulses gibt. Das, wie gesagt, kann man sich hier mal näher anschauen, nennt sich Big Ben Setup und ist auf der Oberseite just getriggert worden. Also der Preis ist sozusagen nach oben rausgelaufen und 1,23,78 war es sozusagen hier die Range. Ist auch interessanterweise hier das Pivot-Level, also nah dran, 1,23,76. Wir gehen gleich mal in den Intraday-Chart und wir sehen, dass das britische Fund hier nach oben boostet. Oberhalb des Pivot-Points, Sie wissen es, ist grundsätzlich vor dem Hintergrund des Fingerabdrucks des Vortages eigentlich ein bullischer Bias zu unterstellen. Heißt, das britische Fund könnte auf jeden Fall weiter nach oben ziehen. Die Chancen dafür mal nicht so schlecht. Rein von der Range her auch das britische Fund etwas rückläufig in der Vergangenheit. Hier nur zwischen 75 und 80 Pips an Bewegungsimpulsen. Das ist nicht viel. Aktuell 53 Pips gelaufen. Das heißt, hier könnten dennoch 30 Pips etwa folgen. Und hier in jedem Falle eine Attacke erfolgen in Richtung der gestrigen Tageshochs. Hier bei 1,24,36. Wirkt, wie gesagt, bullisch. Was nicht passt, ist der Wochentag. Der sieht nämlich so aus. Dienstag mit relativer Schwäche gesegnet. Also ein Wochentag, der hier rein statistisch eher für fallende Preise einlädt. Aber wenn das Setup, und das ist gerade der Fall, hier über den Pivot-Point rauszieht und auch, und das ist schön zu sehen, hier im Stundenchart hat sich das britische Fund hier eine Unterstützungszone aufgebaut, die erst heute Morgen in der Asia-Session, beziehungsweise im Ausklang der Asia-Session sozusagen, touchiert wurde. Und hier mit diesem Unterstützungsniveau 1,23,44 etwa kann man sagen, oberhalb dessen bleibt das britische Fund in einem bullischen Bias. Vor dieser Kenntnis, oder mit dieser Kenntnis vielmehr, gehen wir jetzt mal in den Tageschart und schauen uns eben hier an, wo wir unlängst auch schon mal eine Spekulation mutmaßten. Nämlich, das können Sie auch in der letzten Woche nachsehen, hier die Idee, dass das britische Fund eine Aufwertung vollzieht. Und wir sehen tatsächlich hier ein paar XLRs von diesem auch Unterstützungslevel auf Tagesbasis 1,21,25 hat sich der Preis sozusagen nach oben geschoben. Interessanterweise auch exakt hier an diesem Widerstandslevel eine indirekte Umkehr gefahren. Wir sehen es hier, so eine Art Price-Action-Zone, ein Stück weit verschachtelt, aber Sie sehen, wie oft die, sage ich mal, Dochtem oder vielmehr dann Lunden beziehungsweise untere Schatten der Candlestick-Kerzen hier immer wieder in diese Preiszone reinliefen. Also das ist ein Level, da wird durchaus das britische Fund abgewiesen, so auch gestern. Und heute, wie gesagt, hier mit der Intention, dass es durchaus weitergehen könnte. Es sieht tatsächlich so aus, als wäre der Fahrplan, und diese blaue Linie ist aus der letzten Woche unverändert aktiv, soll heißen, oberhalb von 1,23,44, hier auf Tagesbasis, auch das Level bleibt, die Situation bullisch. Und das britische Fund hat Chancen hier auch auf Sicht der nächsten Tage durchaus in das nächste Widerstandslevel, was sich hier schön definieren lässt, im Bereich 1,25,40 vorzustreben. Dieses Niveau scheint mir hier auf jeden Fall das nächste Ziellevel. Ob es natürlich erreicht wird, das muss der Markt entscheiden, aber charttechnisch wird das auf jeden Fall unterstrichen. Und trotz des schwachen Wochentages sieht es eben so aus, das sehen wir auch anhand der aktuellen Tageskerze, dass wir hier einen positiven Bias auf der Oberseite feiern können. Wir haben zudem hier diesen Lauf in Sachen Saisonalität, der, ja, ich sage schon, ein Stück weit volatil daherkommt, aber generell jetzt nicht unbedingt sehr negativ. Das soll heißen, hier die charttechnische Auswertung, im Sinne dessen, dass es weiter nach oben gehen kann, er fährt hier jetzt nicht unbedingt Gegenwind, leichten Rückenwind sogar viel mehr. Also sieht es eigentlich ganz gut aus, dass das britische Fund hier weiter nach oben ziehen kann. Auf Tagesbasis, aufgrund dessen, dass ich ja das Level von 1,23,44 ansprach, kann man hier sogar recht aggressiv, und da würde ich auf Tagesbasis sogar noch ein Stück tiefer gehen, wenn nämlich das Niveau von 1,23,44 auf Stundenbasis und insbesondere das Level von 1,23,20, also unterhalb des Tiefs, hier, jetzt sehe ich das Datum nicht, super, na, lassen wir wegklicken, jetzt haben wir es hier, unterhalb des Tiefs vom 17.3., das war 1,23,23, muss man sagen, stehen die Chancen dann für eine weitere Aufwertung durchaus schlecht, dann kann das britische Fund hier durchaus nochmals in den Bereich 1,21,25, 1,21,20 zurückdriften. Sieht aber aktuell nicht danach aus. Also das britische Fund bleibt tendenziell bullisch. Für alle Chart-Spezialisten und Trendlinientrader hier noch ein kleines Schmankel. Schaut es euch das an. Hier kommt praktisch eine schräge Trendlinie von oben, die hier als Widerstand fungiert, nahezu punktuell angelaufen, mit der Kerze eben hier vom gestrigen Handelstag, beziehungsweise hier eben auch genau die Kerzen vom 2. Februar und dann eben auch hier vom 24. Februar, dann gestern, wie gesagt, der Touch, hier eine Abwärts-Trendlinie. Ja, wenn er sich darüber schraubt sozusagen, dann ist relativ, ja, hoch wahrscheinlich, dass es weiter nach oben geht. Hier wird es dann spannend, wie gesagt, 1,25,44. Ob es dann hier für einen weiteren Bewegungsmove in Richtung 1,29 reicht, das muss man erst mal abwarten. Aktuell aber, wie gesagt, Intraday, der Bullisch, der BIA ist eigentlich Bullisch. Gut, ansonsten schauen wir mal kurz auf die News-Agenda und da haben wir natürlich hier, und das wisst ihr, meistens Dienstag, Mittwoch immer ein heißes Thema, Daten aus Great Britain. Und das heißt, in einer guten Stunde wird es sehr, sehr spannend. Wir haben hier wirklich einen Haufen Immobilien und Inflationsdaten, die hier reinkommen. Dann haben wir auch hier noch um 12 Uhr sogar den CBI-Index der Industrieaufträge. Also hier haben wir wirklich eine ganze Armada an Daten und man darf davon ausgehen, dass das britische Fund hier einen schönen Schub erfährt. Also, rein aus der technischen Situation jetzt ausgehend spricht viel dafür, dass wir nach oben aufdrehen. Wenn die Daten nicht mega enttäuschen und hier sozusagen Ernüchterung einkehrt, sollte es eigentlich weiter nach oben gehen, gerade mit Blick auf die nächsten Tage. Umgekehrt wäre es natürlich der Fall, wenn wir hier, und da achten Sie noch mal auf das Level von 1,23,44, wenn wir hier drunter rauschen. Bei den News kann, wie gesagt, viel passieren, insbesondere aber, wenn wir eben nach einem Stunden-Schlusspreis unterhalb dieses Niveaus notieren, sieht es dann eben tatsächlich so aus, als dürften wir hier eher den Weg gen Süden einschlagen. Britische Fund bleibt also ein Thema, bleibt also sehr, sehr interessant. Ich hoffe, meine lieben Zuschauer, Sie haben etwas mitnehmen können. Wie gesagt, Big-Band-Strategien gibt es jeden Tag. Die Open Range sozusagen immer handelbar. Es gibt aber hier auch Phasen, da funktioniert es mal besser und Phasen, da funktioniert es mal schlechter. Das muss man ganz genau wissen. Aber dieses Setup ist schon seit vielen, vielen Jahren existent. Hat auch mal eine größere Durststrecke, soweit ich weiß. Gibt es auch Algorithmen sogar für. Insofern ist immer die Frage, wie es noch umsetzbar ist. Aber aktuell, gegenwärtig, schaut es euch das einfach mal an. Gibt es auch hier eine Auswertung dazu im Sinne einer bisherigen Entwicklung, eben seit es gestartet wurde hier von Bernd. Und da könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Und hier ist eben klares Money Management, das A und O der Disziplin. Und insofern einfach mal auf sich wirken lassen. Gut, liebe Zuschauer, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr mögt, dann werden wir uns in Bälde wiederhören. Webinar heute Nachmittag, ansonsten morgen das JFD-Devisenradar auch noch. Und vergesst nicht, liebe Leute, Brokerwahl ist angesagt. Diese Info an dieser Stelle, wenn ihr für JFD stimmt, dann tut ihr uns auf jeden Fall einen Riesengefallen, denn wir stehen recht gut da und im Sinne unserer Transparenz, im Sinne dessen, was JFD sozusagen hier verwirklicht hat und noch verwirklichen wird, beziehungsweise wofür wir stehen, das bedarf doch durchaus einer guten Stimme. Würde ich mich freuen, wenn es ihr bei Brokerwahl einfach hier www.brokerwahl sozusagen abstimmt. Ihr könnt sogar herrliche Preise gewinnen und da würden wir uns freuen, hier für JFD eure Stimme einzufahren. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall einen erfolgreichen Handelstag. Bleibt es erfolgreich, setzt Stopps und immer Obacht geben, was der Markt so für Schnippchen schlägt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Auf bald, euer Chris Kammerer und Tschüss. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit.